Unter mit Hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Let's play DC Universe Online mit unserem Lieblingsschurken Anti-Crazio So Und wenn alle da lang gehen, gehe ich da lang Ich kann springen Die Kent Farm sieht all komisch aus You're a sight for sore eyes Even in that outfit Hey 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 So Die Scientist, die kriegen wir so fertig hier Der ist schon brutal, dieser Angriff Wenn du auf meinem Arm landest, du dumme Fliege Dann gibt's auch Stress Ja, also wir waren jetzt gerade Forscher und dann Doomsday oder Dooms, nicht Doomsday Du dumme Scheißfliege Richtig eklig Will die von mir Oh, danke Okay, dann haben wir jetzt alles ein Test Gleich Sofort Echt, jetzt fehlt uns Ein Wissenschaftler Junge Nerv nicht Ich Ich hab ein Infozeichen gehört Infozeichen Hmm Quit fighting You're not getting out of here alive Hmm I am impressed With you Man Dropped nur shit Da haben die ersten Episoden anscheinend noch Getrennt gemacht Find ich ja interessant Also von wegen Held und Schurke Wusste ich gar nicht Oh Damn Ähm Wie viele Leute habt ihr hier angezogen eigentlich Wo kamen die denn auf einmal alle her Die Die Oh Yay, yeah, how are you sure? No Break Doomsday's extraction field to end this experiment with him disconnected the residents should return to normal before the JLA arrives on the scene Yes, this will free Doomsday, but next call should have left a kryptonite containment device handy I'll send in some society numbers in case you need a hand Hmm Man ich muss einfach mal blocken lernen. Das ist ja hier schon die halbe Miete bei den Viechern sehe ich gerade Hallo An der Seite von Doomsday Campen, mein Traum Oh, wir campen gegen Doomsday, schade Müssen wir nicht hier raus? You are nice to the Zorro Holt er sich gerade echtes Infozeichen Moment Manchmal glaub ich's einfach nicht Du schaffst das Running Höh Ist der einfach aufgestanden und nochmal gestorben Dumm Dumm Badell Toch Du schaffst das S Jerusalem jetzt nicht mehr. Ich hab keinen Bock drauf. Wenn der so kämpft, wie er kämpft, kämpft er nicht. Pass auf ey. Du kannst doch nicht da einfach. Ich nehm das mit. Laufst du? Nee, wir müssen nicht. Ja, geh ihn rein. Gott. Habt ihr wieder voll falsch verstanden, was ich gesagt hab. Kennt euch doch. Oh. So. War ich nicht. Sorry, sorry, sorry. Oh. Some may call me an alien, but although I was born on Krypton, this planet is my own. A place I will defend against any threat, as will my allies, Wonder Woman, Hawkman, Martian Manhunter, and many more. Because for me, Earth's people are my family. And my powers give me a responsibility to help and protect them, even though I cannot always be there. Because this is and always will be home. 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 Das war schön. Der Film hat jetzt trotzdem nicht ganz so gepasst. Klar, es geht um Smallville, aber... Naja. Uh. Natürlich. Den kann ich mal sammeln hier. Okay. Okay, also wir haben schon mal ein Tank-Schwert. Das ist doch schon mal was Gutes. So, dann war hier noch ein Info-Zeichen. Mhm. Dumm ist, dass ich die eh wahrscheinlich alle jetzt schon abgehakt habe. Diese Sammlung. Feeds. Das ist nicht ernst genau. R&D Report. Field testing of subjects will prove combat capability. Testbed community list narrow down to Smallville. Achso, dann war das eine da hinten noch annehmen. In einem dieser Häuser. Oh Gott, das habe ich verpeilt. Aber hier auf dem See, da gibt es glaube ich auch genau. Ja, ja, ich erinnere mich. Das ist Lois Lane für Daily Planet Live. Mit neuen Informationen über den Doomsday-threaten Smallville. Unsere Sorte confirmiert, dass ein Klandestin LexCore research arm ist using Smallville to test unproven exobyte-derived DNA-technologie. Although Exobyte research is still in it's infancy, LexCore continues to push the limits. Often illegally. In it's quest to... R&D Report. Clone subjects have proven difficult to control. Further safeguards are recommended to mature Fuert. Dann nicht. Wollte ja nur mal kämpfen. Ja. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Maul. Maulul. Ist hier noch irgendwas? Nö. Ich glaube, von den blauen Dingern werden wir jetzt nicht alle finden. Superheldenlandung. Ja. Kalecrisp. Kalecrisp. Darf nicht ablaufen. Genitiv, nein. Ups. Oh, ich dachte, das wären Schultern. Was soll's. Ich will mir mal das Rückenteil angucken und das andere. Vom Look her. Mhm. Mhm. Wie niedlich. Noch so wenig. Ja, okay. Es sieht natürlich im Vergleich zu dem hier einfach scheiße aus. So, ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich weiß, die Folge ist mal etwas kürzer als meine Standards. Was eigentlich schon schlimm ist, dass meine Standards so hoch sind. Ah, so ist das manchmal. Ähm, ja, ich wünsche euch, äh, einen schönen Tag. Einen schönen Abend noch. Wahrscheinlich wird es immer nach Abends rauskommen dann. Und ansonsten, äh, nicht vergessen den hier. Abonnieren und so weiter. In die Kommentare schreiben. Wenn euch die ganze Reihe dann gefällt, so mit dem Schurken noch dazu. Oder ob ihr sagt, das sind zu viele Videos, ich soll die lieber aufteilen. Dann schreibt das schon in die Kommentare. Aber zu viele Videos, gibt es das wirklich? Gibt es das? Gibt es das wirklich? Nein, oder? Ich glaube auch nicht. Au revoir, tschüss.